Oslo, die Hauptstadt Norwegens, ist ein pulsierender und schöner Ort, der eine einzigartige Mischung aus natürlicher Schönheit und städtischem Charme bietet. An der Südküste des Landes gelegen ist Oslo für seine atemberaubende Landschaft, reiche Geschichte und glühende Kulturszene bekannt. Für alle, die eine Reise nach Oslo planen, kann das Betrachten von Drohnenvideos eine unschätzbare Erfahrung sein, wenn es darum geht, die Sehenswürdigkeiten von oben zu erkunden und eine Reiseroute zu planen. Die Stadt Oslo selbst liegt eingebettet zwischen dem Oslofjord und üppig grünen Hügeln und bietet reisenden atemberaubende Ausblicke. Die Landschaft bietet ein perfektes Gleichgewicht zwischen Natur und moderner Architektur, wobei sich Parks, Wälder und öffentliche Gärten nahtlos in das Stadtbild einfügen. Reisende, die diese bezaubernde Stadt erkunden möchten, haben die Qual der Wahl zwischen zahlreichen Attraktionen. Von Wahrzeichen wie dem königlichen Schloss und der Festung Akashus bis hin zu Museen von Weltwahn wie dem Wikinger Schiffsmuseum und dem Mundmuseum bietet Oslo ein reiches Kulturerbe. Was die touristische Logistik betrifft, so ist Oslo durch ein effizientes öffentliches Verkehrssystem mit Bussen, Straßenbahnen, Zügen und Fähren gut angebunden. Die Stadt genießt außerdem den Ruf, sicher und sauber zu sein, was sie zu einem idealen Reiseziel für Einzelreisende und Familien gleichermaßen macht. Ob sie nun historische Städten erkunden oder in die Schönheit der Natur eintauchen möchten, ein Besuch in Oslo verspricht ein unvergessliches Erlebnis. Mit seiner einladenden Atmosphäre und der Fülle an Attraktionen für jeden Geschmack ist es kein Wunder, dass dieses skandinavische Jubel weiterhin Reisende aus aller Welt fasziniert. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020